Am 23. November 2019 besuchten 15 Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Salster Helden die Hauptstelle für das Grubenrettungswesen des BGRCI, die Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie. In Klausthal-Zellerfeld absolvierten die zehn mitgereisten Atemschutzgeräteträger die Atemschutzübungsstrecke. Dort konnten sie in einem kniffligen Parcours Erfahrungen für den Ernstfall sammeln und ihr Können unter Beweis stellen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018